Ich habe einen kleinen Raum, in der Bar, wo ich auch Fußball kam. Ich brauche Feuer, ich spiele in Reihen, laufe Feuer, also Pima. Und das große Rote, also sowas zu sehen. Ich brauche mich zu kaufen. Ich bin total schade. Das ist schon zu. Das ist schon seit einem Monat mindestens zu.